Treffer. Jetzt würde ich... Sehr gut. Ah, den kriegst du noch. Ah, ich würde nicht von der Deckung rausgehen. Sehr gut. Prima, Finn. Super gemacht. Ah, okay. Na ja, dann. Dann ist schlecht. Sehr gut. Ach, du bist aber ein Glücksgeld auch. Da ist es. Und jetzt musst du nur zum Auto kommen. Ja, aber streamen, das ist ja nicht so aufwendig. Wenn du ein Handy hinkriegt, dann brauchst du doch normal da nicht so einen starken PC für. Ich habe gar nicht mehr gedacht. Ah, sechs, da ist sogar schon ein Weg. Musst nur aufpassen. Das könnte auch eine Falle sein, Schatzi, gell? Mhm. Der Weg ist noch gar nicht mal zusammengebaut. Musst nur noch ein Stücki bauen. Aber das Problem ist, ich habe keine Wurzeln. Na, der Weg ist zusammengebaut. Das ist nur die Lade... die Switch-Ladezeit. Da baut noch einer, Finn. Da wirst du vielleicht zu spät kommen für. Oh je. Na, es hat er aber... Na, hat sonst keiner... Mhm. Nur ich und so. Sehr gut, Finn. Aber wenn das gewinnen würde, das wäre natürlich mega cool. Aber das sind nur noch fünfmal. Ich sehe da keinen Gegner, derweil. Nicht? Na? Ich... Aber die sehen dich halt auf der Karte. Das ist die Gefahr. Da müssen wir mal schauen, noch rechts. Aha. So ein Arsch. Hm. Komisch. Ah, da hat noch ein Raubzug beendet, Finn. Da wartet er, ne? Da wartet er, ne? Da wartet er, oder? Ja. Da ist er. Das ist einer, ja. Das ist doch blöd. Das ist keiner. Na, okay. Die zieht so nach oben, wenn du Schnellschuss machst, Finn. Du musst da gemütlich machen. Da drinnen ist er. Siehst ihn? Na, aber ich glaube es dir, dass er da drinnen ist. Achtung. Man muss abbauen. Na. Das kannst du aber abbauen. Aber da bist. Ich glaube, das gibt man nicht genau. Wollte ich gerade sagen, da bist. 30. Na, in ihrem Leben kommst du mit 30 hoch. Drei Dinger. Das geht nicht. Wenn dich nicht beahnt. Ah, da ist jetzt auch das Safe nebendran. Da kommen jetzt alle, alle... Kaspar aus ihren Dingern raus. Ich will da hin. Bau doch da die Bäume ab. Ich sehe keine mehr da. Niemand? Ich sehe da keinen mehr. Aber warum wurde er seine Brücke zerstört? Vielleicht hat er hinter sich die Brücke zerstört, damit keiner mehr nachkommt. Meinst du kommst jetzt hin rechtzeitig? Schon von der Menge? Auch muss ich den bauen. Na, du hast nur noch 20 Holz, Finn. Aha. Ich hab nicht wusste. Okay, wo war der? Wo stand der? Wo ist dein... Dein Gebäude? gewesen? Da hinten. Aha. Ich fühlte dich zu stark. Okay. Jetzt sind nur noch zwei am Leben. Ich hoffe, der andere nimmt ein anderes Auto. Es gibt kein anderes Auto mehr als er das. Da ist keine Ehre dringend, Greg Wander. So was. Er hat durchspiel gewonnen. Na, es ist nur noch einer da, oder? Ja, er. Nimm mal den? Mhm. Ich hoffe, er hat nicht genug Holz. Oh, der ist nicht genug. Und er kann ja auch noch alles, was er will, abbauen. Na, er hat nicht mehr ewig Zeit. Und auf jeden Fall so ein Juwel braucht er. Er muss es schaffen, wir haben noch 100 Leben. Na, es dauert noch zwei Minuten, bis es... Oh, sehr schön. Das zieht gut ab. Boah, das wäre so lustig, wenn du es nicht schaffen würdest. Das wäre der Highlight-Clip überhaupt. Arsch, genau. Sauber. Sehr gut. Das wäre der Highlight-Clip.